Hallo Freunde, Willkommen zurück auf Dead by Daylight und auch wieder zu Gast, der Holy Diver. Der Kappen Bam Bam im Maul hat, hi. Und der absolut unvergessene Orb. Hallo. Jawohl. Willkommen zurück und ich hoffe, euch hat die letzte Folge genauso gut gefallen wie mir auch. Dann geht's jetzt weiter, ne? Ich hab auch ein Bonbon im Maul. Schönes Eisbonbon. Bonbon. Das ist so. Alles klar. Ja, so kann man sich auch die Ladezeiten versüßen. Hä? Ich sag jetzt mal nix dazu. Ach, Holy, ey. Ach, Holy, warum bist du denn jetzt so? Bei dir immer so schnucklos. Sei doch nicht so brüde. Holy ist ja richtige bärtige Busenkumpel, du. Kannst du immer meinen bärtigen, haarigen Busen nuckeln. Igitt. Aber nur wenn du vorher rasierst, Alter. Äh, bleib schön richtig haarig für dich. Oh, ich lauf richtig schön haarig und fettig, ey. Ach, nö. Ach, nö. So, ich sitze am Generator. Ich weiß nicht, was ihr macht. Ich versuche mich gerade daran, vorbeizuschleichen hier. Der Schweinebaum ist rechts von mir. Ich bin am Drescher, meh. Ich bin gerade im Keller. Ich bin gerade... Es hat geknallt. Hilfe! Hier ist nichts zu helfen. Ich lauf, ich lauf in die andere Richtung. Boah, was ist jetzt? Er verfolgt mich, Mann. Aber die hatten schon jetzt den Donut wieder. Also bis jetzt konnte ich mich nicht beschweren. Erf mich, erf mich! Los! Was macht der? Äh, er läuft Richtung... Also hinter mir, rechts, läuft er weg. Er steht bei dem Mähdrescher und guckt auf mich. Ah, scheiß Kämpfer. Ja, 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 ja. So, jetzt geht er auf den Mähdrescher drauf. Jetzt kommt er wieder runter. Guckt in meine Richtung. Jetzt geht er auf den Mähdrescher drauf. Guckt... Nee, kommt jetzt wieder runter. Was macht der da? Guckt mal, ob er jemand anderen sieht. Holt den mal runter. Oh, ich muss kämpfen. Er wird leiser. Wird leiser. Wird leiser. Er ist bei mir in der Nähe. Ach, doch, ja, kommt. Ich bin auf der anderen Seite. Hinterm Mähdrescher. Oh, jetzt hat er mich. Das ist ein Prestige-Kettensäcken-Typ. Hekt mich wahrscheinlich da auch, wo der Alex gankt ist. Ja. Das ist so ne plötzlich ein Prestige-Killer. Geht rechts von mir. Ich sitze hier gerade am Generator. Hinter dem Mähdrescher. Jetzt geht der wieder am Mähdrescher hoch. Nee, das ist hier an mir vorbei. Hol ihn runter, jetzt. Ich mach hier den Generator für dich, komm. Was macht der Assi da hinten? Au! Er hängt mich bestimmt unten in den Keller auf. Oh, ich komme. Holt den, hol ihn da runter. Ich hänge in den Keller. Hol ihn nicht weglaufen. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich versteck mich nur hin. Hinter dem Mäuter. Alles ruhig. Da sind wir zu dem anderen Generator gelaufen. Wir haben Zeit. Wir sollten hier weg. Ja. Wir gehen in die andere Richtung. Aber jetzt müssen wir sie. Dann machen wir jetzt. Sollen wir den gleich runterholen? Ja, versuchen muss man es auf dem Fall. Wir gehen jetzt mal hier vorne an den Generator dran. Wer nennt von dem lieben Alex? Äh, irgendwie stößt mein Spiel gerade ab. Das ist richtig am Abraum, ey. Der konnte runterkommen. Danke, Holi. Danke, Holi. Bitte, bitte. Ich hau ab. Holi, Holi, hol ihn runter. Nein, das gibt's doch nicht. Wie schnell ist denn der? Holi, hol ihn runter. Ja, ich hänge jetzt. Ich hänge jetzt. Ich muss mich beeilen. Er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt wieder in die Richtung. Nee, er macht den Generator kaputt. So, jetzt hast du Zeit. Jetzt geht er. Jetzt kommt er mit der Kettensäge. Also, er ist schnell unterwegs. Ja, dann bin ich hier weiter. Kommst du hier rüber, Holi? Ja, der ist noch hinter mir. Da laufen die alle vor mir weg. Boah. So, lieber Max, ich hoffe, du bewegst, aber ich schieße den Arsch hier rüber, ey. Sonst kriegst du von mir eine OP. Oh, der Alp mag nicht mehr mit uns reden, ey. Das ist auch immer wieder das Gleiche, doch. Ach se, der ist ja so tot. Oh, ich muss gern. Hol mich da mal runter, du behinderte... Was ist das denn für einste Scheiß, ey? Oh, ey, guck mal, wenn so behinderte Plinsen im Spiel, ey. Da könnt ich kotzen, Alter. Wenn du das siehst, du Idiot, weißt du? Max, oh, guck, du keine Ahnung, Alter. Hier, Alter, lern mal spielen. Blöder Pflanzen, ey. Krieg nicht mal mich runter, ey. Das ist ein Affe, Alter. Ach, Mann, ey. Ja, Alp. Ja. Ganz unruhig bleiben. Ich hab'n C64 und lade von einer Datasette. Ich bin noch nicht im Zeitalter der SSD angekommen. Ich hab' auch keine SRC, aber funktioniert trotzdem. Ach, Mann. Drück mal lieber bereit zum Reiter Bescheid. Bescheid. Ben. Oh, oh, so schnell ne Lobby, what the fuck? Das kann nicht sein. Wir fliegen alle raus. Nein, wir bleiben drin. Ist das aber nice hier? Er wird nicht disconnecten, weil er sieht, dass wir alle drei wieder drin sind. Nein. Wird er nicht. Wow. Wow. Level 13. Bam. Bödi, klarak. Fie, klar, k. Bäh. Bödi. Bödi, reddi. Reddi, das Radieschen, Mensch. Aber Bödi, also würde ich mich gerne mal hermachen. Die sieht doch schön aus. Na, endlich, endlich geht's los. Nicht so, glaube ich, neue Runde, neues Glück. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. Eine Runde rückwärts für 5 Mark. Denn beim Sterben ist jeder der Erste. Ja. Nein. Doch, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist irgendwie anders. Ja. Ich bin jetzt die Nerd. Wahrscheinlich ist das sogar die Sonnenschein. Die Grundsprecher von der Nerd. Ja, wahrscheinlich. Ja, ne, ist klar. Da ist eine Frau gewesen, ja, die jedes Mal mit einem Hackelschuh auf dem Fuß gesinnt, und dann kommt da weiteres Geräusch dabei raus. Boah. Oh, es geht los. Oh, es geht los. Alarm. Oh ja. Oh ja. Ich muss jetzt mit seinem Schwul gepieper, alter. So, wo geh ich jetzt hin, ey? Zum Generator. Ich weiß nicht, was ich gerade noch präsentiert habe, da steht, weil ich mitten auf dem Hügel angefangen habe, hier. Ah, 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 ah. Blöden, verhutten, gedrecks Krähen, ey. Ah, verdammt. Tut dir einfach so, bist du wo reingelaufen, oder was? Nein, es hat gebuff gemacht, hier. Oh Gott, es ist der Geist. Es ist der Geist. Nimm mal ein anderer Killer, ey. Der Holy hat paar Aufgeben mitzubekommen. Ja, er hat sich jetzt gerade unsichtbar gemacht. Wenn er dreimal klingelt, dann ist er unsichtbar, aber nicht bei zweimal. Ja, Holy, du bist gar nicht weit weg von mir. Ah, klar bist du. Wer gleich einen Haken erneut, ne? Lass sehen, was ist für einer? Er geht nix von mir vorbei, jetzt zum Generator, wo er aktiviert wurde. Mein Spiel ist gecrashed. Ja, jetzt geht er nach links, der ist ganz links. Hier steht schon wieder Dead by Dead Crash Report. Was hast du getan, damit das Spiel gecrashed ist? Ich habe... Holy, wie sieht's aus? Der geht zum Alpha, Alpha. Was für'n Ding? Zu dem Alpha, wo er war. Jetzt kann er wieder zu mir zurück, der steht mitten im Gang. Ist ein Camper, der schaut mich gerade direkt an. Jetzt geht er bis zu nach rechts zum kaputten Silo. Weit am Silo vorbei. Geht wieder zurück nach links, ich sehe deine Violette, du Idiot. Der kämpft, oder? Der ist ganz in meiner Nähe. Ja, der steht da ganz hinten jetzt bei den Halbarn. Jetzt ist er da am Silo rechts. Ah, ich hab'n gesehen. Soll ich das versuchen, oder nicht, ey? Ne, lass es. Oh, ich habe gerade nach links. Oh, ich hab'n gesehen. Oh, ich hab'n gesehen. ich sag jetzt mal nix, Russki, Russki, ich kann nicht, ah jetzt tue ich mal die Pforten warum hole ich die Pforten, habe ich was denn mitbekommen? weil es ein Dreckskämpfer ist er hat mich aufgehangen und ist ein paar Meter weiter beim Silo stehen geblieben er hat immer links und rechts gegangen ich bin so dumm, Alter ich hab zu früh gedrückt, ey also ich habe jetzt das Spiel auch Fehler überprüft, aber es scheint alles in Ordnung zu sein ich verstehe nicht, dass es jetzt einmal gecrashed ist das war sowas von 2 der bleibt nur wieder stehen, der geht bloß wieder hin und her, der Idiot ja der kämpft die auch wieder oder was? ja 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 das war die ganze Zeit mit der Kamera zu dir ich vermute nur ja der ist direkt bei ihr, die er unterreist war, dass sie mit uns nicht waren ja 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 der hat doch nicht, der hat doch nicht nach der Vollkrat Katz viel Spaß, viel Lust, jetzt bist du allein, allein nicht mehr ich werde das nicht so um den Campers freuen аma du schaffst auch schon Römer dich an, Mann. Ja, das ist in der Nähe. So, wo war das jetzt hier? Ah, da ist die Falle. Ich höre die Fallklappe. Der ist hinter dir. Direkt hinter dir. Oh, das war knapp. Alter, war mal da. Ah, ich bin zu doof, ein Kämpfer zu schäumen. Oh, es hat ein Lade-Dings. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall übernimm dich nicht. Mach höchstens erst mal zwei am Anfang. Weil ich denke, das reicht auch schon aus. Ja. Alter, läuft, ey. Was ist denn mit Tänik richtig? Mike, guck mal, Mike ist död. So, Mike ist der Hermos, Mike. Grüß dich. Ciao, ciao, hi. Du bist hier schon überlebt. Eieiei, Bretterzaun. Das heißt nichts Gutes. Hättenfield. Oh, Hättenfield. Schön. Bretterzaun, Hättenfield. Hausensack hier. Saubreiß, ey. So, ich bin oben in der Hütte. Irgendwo in dem Raum. Also, ich weiß, würde ich Ghost Reck and Wildlands als Let's Play machen, da würde ich ja mindestens... Ja. 30 Stunden sitze ich jetzt schon da und ich habe 23% geschafft. Ah, da würde ich ja richtig viel Videos von machen müssen und das würde irgendwann nur stumpf und einseitig werden. Darum lasse ich das ein bisschen auf die Let's Play Together Schiene laufen. Ich habe dich befürchtet, dass es auch Michael Myers ist. Hast du die Befürchtung, ja? Ja, weil ich bis jetzt noch nichts gehört habe. Ich habe auch nichts gehört. Ich bin mein Polizei, oder? Ich bin hier hinten hinterm Haus mit jemandem an einem Generator. Oh, die tut mir leid, Alter. Ja, ja, ich mache hier... Vielleicht kommt es ja zu uns. Da ist er. Der hat mich verloren. Jetzt hat er mich wieder. Oh, oh. Ja, da sollst du mal hierhin kommen. Ich bin links. Äh, ich gehe dir... Der nervt fast quasi in die Arme gerade. Nö, die... Die ist geil auf mich. Ich bin auch auf die Straße. Nein! Albt, du geiler Hund. Du ziehst die Weiber auch immer magisch an. Hahaha. Oh, ich habe sie verarscht. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Wir haben nur fähige Mitarbeiter hier. Oh, sie ist in irgendeinem Haus drin. Da habe ich sie verloren. Ach man, was ist denn jetzt los? Nein! Ach kacke, Mann. Ach man. Ach, das gibt es doch wohl nicht. Doch, bei Roller. Ja, er mit seinem Roller wieder. Okay, Nurse. Ja, ja, ach nee. Wenn du mich jetzt runterlässt. Nicht am Haken. Okay, uns wird immer Schluss. Geh bloß weg, doch. Okay, sie geht weg. Sie ist weg. Sie ist jetzt von los. Ich bin zu leider weit weg von dir. Komm sie dazu, du Knellfrosch. Nein, jetzt ist sie ja da. Sie ist ja da. Okay, okay. Okay. Nein, nein. Sie sieht dich. Nein! Oh, ich hänge jetzt zum zweiten Mal. Okay, okay, okay. Oh, ich muss kämpfen. Ich meine, das geht aber schnell. Das ist immer so Sauerei. Vorher konnte ich so ein bisschen abzappeln. So, sie ist jetzt bei mir in der Nähe. Ist jetzt wieder vorne auf Barstrasse. Da geht sie jetzt hin. Also hinten ist jetzt zur Zeit nicht. Man könnte mich jetzt abhängen. Ja, ey. Der gute Schinken ist gereift. Er wird es gezeichnet, abzunehmen. Ich habe kein Heftklarbaster mehr. Also, jetzt könnte es langsam eventuell... Oh, jetzt kriege ich wieder Heftklarbaster. Oh. Ja, 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 ja. Supergeil, danke. Und ich laufe in ihren Arm. Ey, das geht jetzt. Ja, da bist du jetzt im Arsch. Ich bin jetzt kaputt. Ach, Mensch. Boah, er ist bei Mike in der Nähe. Oder sie. Nee, bei Virus. Hä? Das war... Das war knapp, ja. Habe ich gesehen. Tag, ein Schlag in den Nacken. Und auf alle. Was macht der andere, Alex? Äh, der Mike, der ist hinter einem grünen Haus. Geht jetzt in ein gelbes Haus. Ne, kack mal, das warst du. Er ist in ein... Oh, nein! Hast du das... Oh, fuck you! Er ist im Keller drinnen. Ah, kacke, Mann, ey. Was war jetzt... Da war ich jetzt aber blöde, Alter. Mann! Ich hätte auf der Seite bleiben sollen. Kacke, ey. Dann habe ich mich selbst... Selbstüberlistung, Alter. Nein, Mann! Ich war voll nach unten. Oh, bist du bald weg. Scheiße. Ja, egal. Versuch's trotzdem. Ja, also da Mike, der ist eben im... Ja, einer sitzt unten im Keller und einer rennt gerade. Trägt auch die Nurse drauf zu. Ne, die kommt wieder jetzt beim Polizei-Auto. Also auf der Straße. Wer ist denn jetzt wo überhaupt unterwegs? Ah, dann ist das da hinten, der Holy. Der Deck. Holy ist rechts, genau. Und links ist der Mike. Holy, äh, die... Suchst du die Häuser. Die ist auf deiner Seite. Aber die ist ja voll und guckt im Spind nach. Jetzt kannst du dir jetzt zurück zu... Ja, zu mir, genau, ja. Polizei-Auto. Ihr seht jetzt den anderen. Jetzt kommt zu mir. Jetzt kommt ran. Sie verfolgt Mike. Ja. Ja, das ist wirklich lange noch. Und jetzt Abgang. Jungs, ihr schafft das. Oh, Holy hat sie eine gefangen. Schlag im Nacken für Holy. Oh, Holy liegt. Ich kann mich nicht mehr heilen. Also... Operation... Erekt for Holy beginnt. Wo ist die andere Person? Die andere Person. Warte. Ja, ich guck mal heilen, ne. Was ist am Generator gegenüber? Scheiße. Ja, 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 ja. Sehr gut, ihr habt euch. Ihr geht wieder auf die Straße aufpassen. Ja. Also... Der Adler guckt jetzt den Holy zu, wie er hängt. Die anderen beiden heilen sich noch. So, alles klar. Mach den... Lass den Generator mal schneiden oder so. Will ich mal den Lockvogel. Alles klar, Mike hat sich eine gefangen. Mike wird verfolgt. Mike wird verfolgt. Ihr seid alle weit auf der rechten Seite. Ah, da kommt direkt... Los, lauf. Lauf links rum. Jawoll. Der lockt die weg. Ja. Oh, ich muss kämpfen. Los, Virus, lauf! Oh, der lockt die direkt zu uns. Da geht doch. Der lockt die direkt zu uns. Achtung! Ja, klar. Oh! Der leckt den, bitch. Ja, nix da. Los, hol die, lauf! Mann, oh, Mann, oh, Mann! Ich muss der schon wieder... Oh, geil, ey. Also, der Holy hat sie abgehängt. Ich habe aber jetzt schlacht. Ja, jetzt nix mehr. Wir sind auf der Straße von Polizeiauto. Da ist er! Habt ihr gesehen, habt ihr gesehen? Die ist rechts von dir auf der anderen Seite. Also, ziemlich weit hinten. Ah, Virus, du Affe! Ich bin weg! Der, Paul ist eine Kasse. Ja, komm, schlag mich. Oder auch nicht. Wow! Wow, warte. Ich bin ja am nächsten, wo hängt es. Und stirbt. Hier versperre ich einer den Weg zum Haken! Ich bin weg. Ist der dumm, der andere? Der Mike, der ist so dumm. Warum? Er kriegt jetzt gleich ein paar ans Maul. Pass auf. Ah, die Nurse ist ja nicht so gut. Overlord heißt der Typ sogar. Hä? Der Killer heißt Overlord. Overlord. Ist ein geiles Spieler, aber er ist ein mieser abner Killer. Na, aber wie sieht's aus, ey? Die Nurse findet den nicht. Oder sie weiß, wo er ist und er kriegt gleich so einen in den Nacken. Der ist jetzt bei einem anderen Ausgang, aber geht er irgendwie nicht rein. Vielleicht weiß er ja, wo die Luke ist, keine Ahnung. Ah, jetzt macht er noch. Er macht den anderen Ausgang jetzt auch. Jetzt erst? Ah, legst du nicht mit der schmierte Jacke, alter. Ah, ne, Gänsehaut pur, ey. Du bist doch nicht verarscht hier doch aus, ey. Ich lach jetzt, wenn er jetzt so einen drüber kriegt. Das war knapp. Das war knapp. Ey, wow. Nice, Mann ey. Ja. Geil, geil, geil. Schön, schön. Das war noch mal wieder eine richtig feine Runde. Ja. Aber jetzt sage ich, danke fürs Zusehen. Wollt ihr zwei euch noch irgendwie verabschieden? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Genau. Also, ich würde sagen, Ciao mit V.